Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Fast & Furious Teil 8 von F. Gary Gray. Also gut, der 8. Teil. Er ist so wie die vorherigen 7, nur eben ein bisschen anders. Die Crew um Dom Toretto muss wieder einmal die Welt retten. Diesmal aber stellt sich Dom gegen seine, wie er es nennt, Familie. Denn die Cyber-Terroristin Cypher erpresst ihn. Dom erfährt, dass er aus einer vergangenen Liaison einen kleinen Sohn hat. Dieses Baby wurde von Cypher entführt und sie droht, es zu töten, wenn Dom nicht gehorcht. Natürlich sind die Vatergefühle so stark. So stark, dass er seine Crew verrät, vorerst zumindest, und für die böse Seite arbeitet. Cypher will, was sonst? Die Welt beherrschen. Sie will die Stromversorgung lahmlegen. Sie ist eine Hackerin. Sie will auch irgendwie Atomwaffen an sich bringen, um die Weltmächte unter Druck setzen zu können. Was eigentlich genau dahinter steckt, was ihre Visionen, ihre geopolitischen Ziele sind, das erfahren wir alles nicht. Der Film gibt sich nicht die geringste Mühe, auch nur irgendetwas sinnvoll und plausibel zu erklären. Und verfahren wird vielmehr nach der Devise, Hauptsache es macht viel Krach. Immerhin eine bemerkenswerte Szene in diesem Film gibt es doch, der ja sonst so abgeschmackt ist. Wenn Cypher alle Autos auf der Straße hackt, die Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlieren und sie plötzlich alle Autos steuern kann. Hier zeigt sich schon mal, wo die Vision vom autonomen Fahren hinführen wird. Gewiss nicht zu einer Autonomie des Fahrers. Wie in den vorherigen Filmen wird auch im achten Teil die Familienehre hochgehalten. Das ist ein bemerkenswerter Spagat, den man hier wieder einmal versucht. Die Figuren bewegen sich ja in einer völlig instabilen Welt. Die schnellen Autos und die Fahrer haben eigentlich jede Bodenhaftung verloren. Den Kfz-Mechaniker Charme kauft man ihnen eigentlich überhaupt nicht ab. Sie flitzen durch alle Erdteile und zelebrieren einen dekadenten Lebensstil. Diese Konsum-Nomaden aber müssen, um eine Identifikation des Zuschauers überhaupt zu ermöglichen, irgendeinen festen Anker haben, an dem man sich klammern kann und der allgemein verständlich ist. Etwas quasi Unhinterfragbares. Und das ist die Familie. Die Familie. Es ist ein lächerlicher Minimalkonsens. Man könnte auch gleich sagen, ich bin für Sauerstoff. Nun, jeder hat ja eine Familie und kaum einer wird sagen, Familien sind grundsätzlich scheiße. Dieser kleinste gemeinsame Nenner bedeutet aber eigentlich nichts. Selbst schlimme Tyrannen haben ja Familie und sind oft ganz reizend zu ihren Kindern. Diese permanente Beschwörung der Familie soll natürlich deutlich machen, Dom Toretto und seine Crew sind nicht an gesellschaftlichen, politischen, militärischen oder ökonomischen Zusammenhängen interessiert. Klar, sie müssen ab und zu die Welt retten. Sie müssen verhüten, dass irgendein Schurke, der es nicht in einen James-Bond-Film geschafft hat, die Weltherrschaft an sich reißt. Aber eigentlich zählt eben nur die Familie. Das häusliche Glück. Natürlich ist es die postmoderne Familienvariante mit viel Patchwork, mit Teilzeitvätern und Teilzeitmüttern. Die Familie aber erfüllt sehr wohl eine ideologische Funktion in diesem Film. Sie wirkt nämlich entpolitisierend. So bleiben die eigentlichen ideologischen Beweggründe im Verborgenen. Nie war das so eindeutig erkennbar wie nun jetzt im achten Teil. Da gibt es irgendeinen Konflikt der beiden Imperien, USA und Russland. Und die Torettos müssen auf russischem Boden kämpfen. Sie greifen dort an. Doch worum es da eigentlich geht, das erfahren wir nicht. Kämpfen sie da gegen den Staat Russland, gegen eine Gruppe von russischen Separatisten oder gegen irgendwelche radikalen Spinner? Das weiß keiner so genau. Vielleicht lösen sie auch da gerade den Dritten Weltkrieg aus. Aber egal, es geht doch eigentlich nur um die Familie und dieses süße, süße Baby. In Mainstream-Filmen sind oft die Bösen näher an der Wahrheit als die Guten. Die Gegenspielerin Seife hat durchaus Recht, wenn sie das hohle Familiengeschwätz entlarvt und den evolutionären Zusammenhang herausstellt. Das ist ein bisschen biologistisch sehr argumentiert, aber grundsätzlich nicht völlig falsch. Die Liebe zum eigenen Kind ist tatsächlich, wenn man so will, nichts Besonderes. In diesem Sinne hatte der österreichische Philosoph Otto Weininger Recht, als er in Charakter und Geschlecht von 1903 Folgendes schrieb. Die Individualität des Kindes ist der Mutterliebe ganz gleichgültig. Ihr genügt die bloße Tatsache der Kindschaft. Und dies ist eben das Unsittliche an ihr. In jeder Liebe von Mann und Weib, auch in jeder Liebe innerhalb des gleichen Geschlechtes, kommt es sonst immer auf ein bestimmtes Wesen mit ganz besonderen körperlichen und psychischen Eigenschaften an. Nur die Mutterliebe erstreckt sich wahllos auf alles, was die Mutter je in ihrem Schoß getragen hat. Und ich möchte hinzufügen, das gilt natürlich auch für die Vaterliebe. Durch ein Baby wird das Denken hier ausgeschaltet. Politische Kontexte werden vollkommen ignoriert. Man badet nur in Betroffenheit. Oh Gott, wir müssen das Kind retten. Die Strategie aus Fast & Furious Teil 8 finden wir derzeit auch außerhalb des Kinos wieder. Denken wir nur an Syrien. Durch die fürchterlichen Bilder von Kindern als Opfer während dieses Konflikts kann man jetzt jedes militärische Vorgehen rechtfertigen. Und es geht ja noch weiter. Es gab ja eben auch schon im Irakkrieg Anfang der 90er die Brutkastendüge, wo eine angebliche Krankenschwester, die sich später als Diplomatentochter herausstellte, sagte, die Iraker würden Säuglinge aus Brutkästen nehmen, sie auf den Boden legen, damit sie dort sterben. Und sofort hatte man einen wunderbaren Grund anzugreifen. Wenn es um Kinder geht, da wird selbst Donald Trump zu Dominic Toretto. Babys fungieren als ideologische Stütze für Kriegspropaganda. Peter Schollatur pflegte in solchen Momenten zu sagen, das wäre mal dieses humanitäre Geschwätz beiseite. Das ist nicht zynisch. Zynisch ist vielmehr das, was die anderen da betreiben. Jason Statham sagt zu einem Bösewicht, du schießt auf ein Baby, du bist doch krank. Dass die Action-Szenen wiederum mit der potenziellen Tötung des Babys als Spannungselement spielen, ist meines Erachtens nicht weniger krank. Am Ende des Films heißt es, all die Aufregung nur wegen dir. Ein Baby allein soll den ganzen Unsinn legitimieren. Dies ist auch eine Form von Kindesmissbrauch, bei der wir nur schauen, aber nicht sehen.